Herzlich willkommen in meinem Studio Face Cosmetics. Mein Name ist Adriana Christofix, ich bin dermatologische Kosmetikerin und seit 2017 Elite Partner bei Long Timeline als Permanent Make-up Artist. Mit meiner fundierten Ausbildung und Kooperation mit plastisch-ästhetischen Chirurgen biete ich medizinische Camouflagepigmentierung an. Ich möchte Frauen helfen, sich wohler zu fühlen und ihr Selbstbewusstsein wiederzuerlangen. Durch meine universitäre Ausbildung im Bereich Biochemie hatte ich eine qualifizierte Grundlage, um mir meinen Herzenswunsch als Linergistin zu erfüllen. Als Partner entschied ich mich für Long Timeliner, da ich auf Qualität setze. Schließlich trage ich eine große Verantwortung, da ich an Menschen, wie zum Beispiel an der Brust, beziehungsweise Narben und ihren Gesichtern arbeite. Ich freue mich auf Sie!